Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Videokonferenzmikrofon einrichtet und sozusagen so mit eurem PC nutzt, um jetzt zum Beispiel Videokonferenzen durchzuführen. Was ist überhaupt ein Videokonferenzmikrofon? Ich habe hier einfach mal eins mitgebracht und zwar von Tonor das TM20 USB-Konferenzmikrofon. Das ist ein preisgünstigeres USB-Konferenzmikrofon, mit dem man schon doch gut Videokonferenzen durchführen kann. Man braucht so ein Mikrofon, um eine Videokonferenz mit mehreren Leuten an einem Tisch eventuell durchzuführen. Ihr kennt das ja, ihr habt eventuell hier eure kleine Kamera auf eurem PC stehen und sprecht dann so mit eurem Gegenüber. Es sitzen aber jetzt mehrere Personen an einem Tisch und wir filmen jetzt so in den Tisch hinein. So kann es passieren, dass man dann die Person am Ende des Tisches eigentlich nicht mehr in der Videokonferenz ordnungsgemäß hört. Somit nimmt man dann hier dieses Videokonferenzmikrofon, platziert das auf der Mitte oder in der Mitte des Tisches und dieses nimmt umgehend oder den ganzen umlaufenden Sound auf und kann diesen dann in die Videokonferenz mit übertragen. Und somit versteht man dann alle, die an dieser Konferenz teilnehmen. Wie verbindet man nun so ein Mikrofon mit dem PC und wie setzt man das ein? Das ist sehr einfach erklärt. Ich habe hier dieses Mikrofon einfach mal und werde es mit meinem Laptop jetzt mal verbinden. Das TM20 ist im Prinzip komplett autark nutzbar. Wir brauchen keine separate Software und es ist auch Plug and Play. Das heißt, es ist alles im Lieferumfang enthalten, was wir brauchen. Wir haben unser USB-Kabel, unser Mikrofon verbinden. Dieses Mikrofon hier hinten über diesen USB-C-Anschluss mit dem USB-Kabel. Und das USB-Kabel stecken wir in unserem PC. Achtet eventuell darauf, Mikrofone immer direkt mit dem PC zu verbinden. Ich empfehle hier, wenn möglich, keine Hubs oder Verteiler dazwischen zu verwenden. Also wir bringen jetzt hier unseren USB-Stecker ein. Sämtliche Treiber für das Mikrofon werden von Windows 10 automatisch geladen. Und das Mikrofon wird somit vollautomatisch eingerichtet. Wir brauchen keine Zusatzsoftware, um dieses Mikrofon zu verwenden. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir das Mikrofon erstmal dem PC, wenn wir sagen, der Anwendung zuweisen müssen, mit der wir es verwenden wollen. Wollen wir es zum Beispiel jetzt hier als Standard-Mikrofon einsetzen, müssen wir das natürlich Windows mitteilen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Möglichkeit 1. Wir begeben uns hier unten an den rechten Bildschirmrand, klicken auf das Lautsprechersymbol und zwar mit der rechten Maustaste. Jetzt können wir hier unsere Sound-Einstellungen öffnen, kommen so in das Standard-Windows-Menü für die Sound-Steuerung. Und hier haben wir Ausgabegerät. Hier wählen wir natürlich das Ausgabegerät, was wir nutzen wollen. Unsere Lautsprecher, unsere Kopfhörer, was auch immer. Und hier unten können wir das Mikrofon auswählen. Ich habe jetzt kein weiteres Mikrofon hier angeschlossen, deswegen wurde das jetzt hier gleich richtig erkannt. Ganz wichtig hier aber zu erwähnen, habt ihr weitere Mikrofone an eurem PC verbaut oder vielleicht auch an eurer Webcam und so weiter, so müsst ihr eventuell hier erstmal das richtige Mikrofon auswählen. Ich klicke hier einfach mal drauf, vielleicht haben wir doch noch einige Geräte. Ja, wir können hier zum Beispiel noch zwischen meiner Soundkarte und dem Mikrofon wählen, aber an die Soundkarte ist ja im Moment nichts angeschlossen. Deswegen hat mein PC automatisch das Mikrofon erkannt. Wenn nicht, wählt das Mikrofon hier in dieser Einstellung aus und schließt den Monitor wieder. So, noch ein ganz wichtiger Punkt. Das Mikrofon hat natürlich auch einen Eingangspegel, ein Eingangssignal. In der Regel stellt hier Windows alles richtig ein. Sollte das nicht der Fall sein und ihr wollt das Eingangssignal noch mal etwas anheben oder absenken. So kann man das natürlich auch manuell tun. Ich möchte euch hierzu auch noch mal eine zweite Variante zeigen. Neben Audiogeräte verwalten können wir natürlich hier unsere Mikrofone auswählen und dann dementsprechend ein- und ausschalten. Allerdings gibt es in Windows, und zwar unter der Systemsteuerung, klickt einfach mal in die Suche und gebt hier Systemsteuerung ein, öffnet diese und wählt den Punkt Sound. Diesen öffnen wir auch einfach mal. Und jetzt kommen wir in eine etwas ausführlichere Sound-Einstellung. Hier können wir dann in den Reiter Aufnahmegeräte wechseln. Und hier sehen wir dann auch wieder unser angeschlossenes Mikrofon. Es ist im Moment als Standard-Mikrofon ausgewählt. Das sehen wir hier an dem grünen Haken. Ist das nicht der Fall, können wir dann dementsprechend das Mikrofon wählen und hier auf Standard-Mikrofon klicken. Und somit ist es dann auch das Standard-Mikrofon. Wir können natürlich auch noch Eigenschaften des Mikrofons hier separat konfigurieren. Wählt das Mikrofon aus, wählt Eigenschaften. Und hier können wir dann dementsprechend einige Tests fahren. Den Pegel manuell einstellen. Das ist der wichtige Punkt, den ich hier noch anschneiden will. Wenn der Pegel überhaupt nicht stimmt, könnt ihr hier manuell nochmal eingreifen und nachpegeln. In der Regel pegelt aber das System automatisch recht gut. So, dann haben wir noch die erweiterten Einstellungen. Auf diese möchte ich nicht zu sehr eingehen. Hier können wir nochmal dann die Abtastrate einstellen. Diese würde ich aber erstmal unangetastet lassen. Und diese ist in der Regel richtig eingestellt. Das ist auch mehr was für den Profi. So, unser Mikrofon ist nun hier eingerichtet. Das heißt, wir gehen hier wieder aus den ganzen Einstellungen raus. Und wir versuchen einfach mal einen Videoanruf jetzt hier zu starten. Denn hier gibt es meistens auch Probleme. Diverse Dienste oder diverse Anwendungen, die hier diese Videoanrufe starten, greifen nochmal separat auf die Mikrofone zurück. Und auch hier muss man dann eventuell separat das Mikrofon nochmal wählen. So, wir testen das einfach mal mit einem ganz normalen Dienst, wie zum Beispiel Hangouts. Und hier möchte ich einfach mal einen Videoanruf starten. Und ich nehme jetzt einfach mal, ich öffne diesen. Und ihr seht, jetzt kommt hier der Videoanruf rein. Ich gehe einfach mal ran und habe nun hier meinen Videoanruf angenommen. Jetzt kann es sein, dass eventuell hier auch nochmal die Einstellungen überarbeitet werden müssen. Ich zeige euch das einfach mal am Beispiel dieses Programmes. Das kann abweichend sein bei Skype oder bei anderen Diensten wie Zoom. Wählt hierzu einfach die Einstellungen des dementsprechend genutzten Programmes. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, den Videozugriff zu konfigurieren, so wie natürlich auch das Mikrofon. Hier könnt ihr dann dementsprechend auch das Mikrofon nochmal separat auswählen. Wenn dieses nicht ausgewählt ist, wählt dann hier das Konferenzmikrofon aus und bestätigt die Auswahl, indem ihr hier einfach auf Fertig klickt. So, nun ist das Mikrofon eingerichtet und wir könnten im Prinzip jetzt schon unsere Videokonferenz starten. Wichtig, platziert das Mikrofon so gut es geht in der Mitte des Tisches, sodass jede Person in etwa gleich weit von diesem Mikrofon entfernt ist. Dann gibt es hierzu auch noch einiges zu erwähnen. Wir haben hier eine ganz große Taste in der Mitte des Mikrofones. Ihr seht, wenn ich diese berühre, verfärbt sie sich von Rot ins Blau und von Blau wieder ins Rote. Blau heißt, wir können sprechen. Rot heißt, wir sind gemutet. Das ist eine schöne Funktion hier bei diesem System. So können wir diese Mute-Taste, die wir sowieso in unserem Videoanruf immer sehen, einfach auf unserem Tisch erweitern und können hiermit natürlich auch unser Mikrofon muten. Das ist natürlich sehr interessant, wenn wir eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern haben. So ist es natürlich immer sinnvoll, wenn nur die Person oder der Person weiß, der spricht, das Mikrofon eingeschaltet hat. Und alle anderen sollten das Mikrofon gemutet haben. Hat man hier einen großen Tisch und alle sitzen an einem großen Tisch. Die Kamera steht irgendwo ganz weit da vorne, sowie natürlich auch der Monitor. Ist das sehr hilfreich, wenn man hier nochmal eine zusätzliche Mute-Taste hat. So, wir können auch mal testen, wie sich dieses Mikrofon anhört. Ich habe jetzt das Mikrofon hier eingeschaltet. So, um euch hier einfach mal ein kleines Tonbeispiel zu geben. Jetzt hört ihr den Ton von diesem Konferenzmikrofon, was sich jetzt ungefähr 40 bis 60 Zentimeter in der Hand von mir befindet. Ihr hört, der Ton ist wirklich klar und auch schön laut zu hören. Ich mute mal kurz das Mikrofon. Und jetzt ist das Mikrofon wieder auf Sprache gescheitert. Das heißt, jetzt müsstet ihr mich wieder hören. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Das hier verwendete Mikrofon, das TM20, habe ich euch einfach mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr es also sucht, klickt einfach auf den Link. Dort kommt ihr direkt zu diesem Mikrofon. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video wieder mal einigermaßen weiterhelfen. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.